Die Synonymsuche kann auch im Amazon Advertising erfolgen. Da meine ich nicht den Suchbegriffbericht, sondern es gibt eine einfache Form an Keywords, Suchbegriffe und ähnliches zu kommen. Dazu muss man eine registrierte Marke haben, um in dem Bereich Sponsored Brands Videos als Werbeform schalten zu können. Früher ging das auch noch in dem Rahmen der Produktkollektion. Das ist aktuell leider ausgeschaltet und im Store Spotlight funktioniert es nur für die Unterseite, die ihr auswählt. Wir wollen es aber ja für ein Produkt im Speziellen wissen. Deswegen gehen wir in den Bereich Sponsored Brands Video und müssen ja einen Artikel auswählen. Hier haben wir den Reiter, in dem normalerweise eure Marke steht. Den könnt ihr ändern zu alle Amazon Produkte. Dann könnt ihr beliebige Suchworte eingeben oder auch Asins und die werden euch hier angezeigt. Ihr seht schon, über 250.000 Ergebnisse. Da geht einiges. Oder halt die A-Sendung, dann kriegt ihr ein Ergebnis. Das fügt ihr hinzu. Und dann ist ja schon Schluss, weil in den Video-Ads kann man halt immer nur maximal eins hinzufügen. Das ist hier noch eine andere Warnmeldung. Und was jetzt passiert, ist halt spannend im Bereich der Keywords unten. Da schaltet ihr alle auf genau passend. Seht ihr sofort recht viele. Ihr seht es hier schon an dem Schieberegler. Wie viele verschiedene Keywords wir finden können. Und wir gehen mal durch. LED RGB Stripe. LED Stripes. LED Stripe. LED Streifen. LED Band. LED. Die Lichterkette. Das Lichtband. Das Band. Und wir gucken mal so durch, was wir noch finden. Die Lichterkette. Farbwechselstreifen. Lichtband. Licht-Ther-Band. Und vieles mehr. Und das macht es natürlich unglaublich mächtig. Für egal welchen Produktbereich. Weil ihr ihn von vornherein bewerten und analysieren könnt. Und wer das nicht glaubt. Man geht hier drauf. Gibt hier einfach ein. Knallgelb. Zum Beispiel. Nehmen wir uns so ein Produkt. Das ist dann automatisch drin. Wie gesagt Video. Und hier unten sehen wir dann alle Suchbegriffe. Haltstuch. Niki-Tuch. Bandana. Seitenschal. Und vieles. Vieles mehr. Ihr seht schon hier. Das ist nicht unwesentlich. Wenn ihr das halt in dem Rahmen der Store Spotlights und so weiter macht. Dann funktioniert das nicht. Weil die Seite anders strukturiert ist. Leider. Zwischenzeitlich konnte man hier auch viel mehr Produkte auswählen. Und dann macht das natürlich Spaß. Wir können mal hier noch eine Tastatur eingeben. Und dann sucht er jetzt einfach. Wir sehen schon. 3,9 Millionen. Hinzufügen. Fertig. Wir wollen natürlich wieder nur genau passend. Ja. Es ist die Tastatur. Das ist jetzt wenig überraschend. Aber alleine der Bereich. Bluetooth kabellos. Funk wireless. Und was es nicht alles gibt. Das ist dann schon sehr möglich. Mächtig in der Nutzungstiefe. Habt das bitte auf dem Schirm. Und passt bitte auch auf. Das funktioniert manchmal halt auch. Wenn ihr die Landingpage für den Shop selbst baut. Dann könnt ihr die Asens ja selber auswählen. Und dann kann man auch mal viele reinlegen. Wie hier in dem Beispiel. Das geht aktuell nicht. Aber immer wieder einen Blick drauf haben. 21 Art typische Produkte reingelegt. Und wir sehen sofort. Wireless Maus. Logitech Maus. Funk Maus. Maus kabellos. Laptop Maus. Kabellose Maus. Wireless Maus. Englisch. Drahtlos. Aber auch. Und viele, viele andere Ansätze. Selbst das Wort Computer Maus wird noch benutzt. Die Gamer Maus. Die Touch Maus. Maus klein. Und viele, viele andere Ansätze. Werdet ihr also finden. Und wie schon gesagt. Haltet das mal auf dem Schirm. Lockt euch da mal immer regelmäßig ein. Und guckt. Da geht halt noch ein bisschen mehr.